Spott und Häme in sozialen Medien erntet ein anderes Projekt der Regierung, das zwar nicht direkt was mit Corona zu tun hat, aber in Zeiten von geschlossenem Handel doch ganz nützlich wäre. Das Kaufhaus Österreich, eine Online-Plattform, bei der man regionale Produkte bestellen kann. Einzig viele Nutzer geben an, im Kaufhaus Österreich nur vollkommen unbrauchbare Suchergebnisse zu erhalten. Wer etwa nach Schuhen sucht, dem werden ein Tischtennisshop, eine Bergbauernseite und ein Angebot für Kinderbekleidung gezeigt. Und von solch sinnlosen Suchergebnissen gibt es zahllose Beispiele. Dabei hätte das eigentlich ein Prestigeprojekt der Regierung werden sollen. Wir sprechen darüber jetzt kurz mit Digitalexpertin Lena Doppel-Prix. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Was ist denn da schiefgelaufen? Also es ist ein Angebot, das mit 17 verschiedenen Kategorien erschlossen wird. Das ist einfach viel zu wenig. Da hätten wir 70 Kategorien machen müssen. Und deswegen kommt es jetzt aber vor, wegen diesen wenigen Kategorien. Ich suche zum Beispiel nach Wintersport. Und dann bekomme ich zwei Shops, die zufälligerweise in ihrer Kurzbeschreibung Wintersport drinnen stehen haben. Aber alle Shops, die unter Sport verzeichnet sind, kommen nicht. Sie sind IT-Expertin. Ich habe es bereits eingangs erwähnt. Gibt es so etwas in der Privatwirtschaft, dass man 630.000 Euro investiert? Und so viel soll das ja gekostet haben, laut Ministerium. Und dann kommt so etwas dabei raus? Ich kann es mir schwer vorstellen. Also ich habe das Gefühl, hier wurde einfach am Anfang nicht das gemacht, was man normalerweise machen muss, wenn man eine Plattform online stellt, die eine sehr eingeschränkte Funktionalität hat. Das kann man schon machen. Das ist nicht verboten. Aber man muss sich überlegen, was hat den größten Nutzen für den Nutzer und die Nutzerin? Und das wäre in dem Fall natürlich gewesen, dass man nach Produkten suchen kann. Das kann man hier nicht. Man kann nach Shops suchen. Wenn ich einen Shop suche, dann weiß ich eh schon, dass der im Internet ist. Man kann nach Orten suchen. Okay, online. Und dann kann man auch nach Kategorie suchen. Und davon gibt es einfach viel zu wenig. Eine andere Möglichkeit wäre gewesen, dass man Vergleiche anstellen kann zwischen verschiedenen Produkten, was die kosten. Oder dass man direkt in diesem Shop kaufen kann und dann woanders, also die eigentlichen Shops einem dann die Produkte zuschicken. Aber da hätte man eruieren müssen, was ist denn wirklich das dringendste Bedürfnis der Leute an so einer Plattform? Und das ist scheinbar nicht passiert. Ganz kurz, wenn Sie dieses Projekt jetzt in die Hände bekämen, was würden Sie da als erstes ändern? Das ist eine gute Frage. Also als erstes würde ich einmal hergehen und sagen, ich muss Use Cases aufstellen. Also wofür soll das überhaupt genutzt werden? Also selbst wenn es, natürlich kann es nicht Amazon Konkurrenz machen, aber es soll ja für Leute, die in Österreich einkaufen wollen, eine einfachere Möglichkeit bieten. Dann würde ich mir überlegen, Personas, also Leute, die typischerweise in einer Zielgruppe einer solchen Plattform wären und auf Basis dessen würde ich wahrscheinlich was komplett Neues machen. Oder ich arbeite mit Österreichern zusammen, die sowas in irgendeiner Form schon gemacht haben. Ich sage jetzt mal nur die Plattform Geizhals.at. Da gibt es ja eine ganze Menge, es gibt auch eine ganze Menge von diesen Internetverzeichnissen. Das muss man ja nicht komplett neu anfangen, da kann man ja Synergien nutzen, vorher recherchieren. Frau Doppelbricks, vielen Dank für die Einschätzungen. Guten Abend noch. Danke. Wirtschaftsministerin Schramböck hat eine Interviewanfrage der ZIP Nacht heute leider abgelehnt. Sie lässt aber ausrichten, man arbeite ständig an der Verbesserung des Portals.